So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu Los Forrestos, Domestos, Domestos, Teron. Lange ist es her, endlich nehmen wir wieder auf und ja, aber heute mal, oh, ich schieße es komplett, sondern der richtigen Realität. Ähm, warte mal, hab ich überhaupt noch? Ah, scheiße, ich muss jetzt mal alles craften, wa? So eine Kacke aber auch. Immerhin, ich hab'n... Warte mal, hier, die kann ich essen. So, damit wir wenigstens gutes Futter haben, machen wir das mal so. Ähm, ja, ich spiel mal wieder Forrest und ich nehm' ihn mal jetzt mal... Oh, äh. Oh, so. Wir haben was zu essen. Und das bauen wir uns auch direkt gleich mal dran. Und ja. Schauen wir mal. Ja, der Spielstand ist schon so mega alt. Ich bin froh, dass es in der Cloud übernommen wurde. So. Wir haben jetzt erstmal, ja, viermal Fisch. Ein, nee, eins, zwei, drei. Nee, viermal Fisch. Viermal Reh. Und dann müsste es doch eigentlich aber auch gleich wieder heller werden. Ich würde mich doch tatsächlich in den nächsten Folgen mal wieder was trauen. Ich würde doch mal wieder ein bisschen was bauen, aber ich hab' nicht mal ne Kettensäge. Also. So. Zack. Ich hoffe, man kann in einigermaßen was sehen. Habe ich aber noch Panzerung? Ne. Ich muss mir eigentlich mal in der nächsten Folge mache ich das mal so. Da speichere ich und lade da mal alles vor, was ich Sachen brauche. Weil ich würde halt schon doch gerne was bauen und ich habe schon einen gewissen Plan, wie das ausfallen soll. Und ja. Aber jetzt muss ich mir Equip sammeln. Da haben wir zwei Stück drin, da können noch ein paar rein. Ich würde sonst gerne hier schon mal vielleicht eine Mauer weiterbauen. Weil mein Plan ist es vielleicht... Warte mal. Oh. 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 Vielen Dank. Hey, haben wir nicht mehr Ball. So, dafür muss ich dann erstmal ein paar Bäume fällen, glaube ich. Ähm, jetzt kann ich aber auch schlafen. Das ist gut. So, jetzt sehen wir wieder mehr. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt können wir, müsste ich hier irgendwann mal, glaube ich mal, man kann nicht mehr so geil, dass man sich so bewegen kann. So. Warte mal, die Maus will ich noch ein bisschen runtersetzen. Drei Prozent, weil die noch so schnell ist. So, jetzt ist es besser. Was ist das für die Augen so schnell? Weil ich kann immer noch so schnell bewegen. Wer ja hört. So, dann fallen wir mal den Baum. Gott, er fällt. Aber ich brauche noch ein paar mehr Bäume. Das heißt, ich müsste mir noch so, ich müsste mir noch so viel bauen. Aber dafür habe ich Bock. Weißt du, ich habe meinen PC und, ähm... Ich hoffe, die Qualität passt dann für euch. Also, für mich ist es auch sehr flüssiger jetzt. Weiß ich ja genau. Ich fälle dann den Baum noch eben. So, dann fälle er auch noch. Eins, zwei, drei, vier. So. Dann müsste ich mir theoretisch mir noch so einen Lockslack bauen. Dann nehme ich mal das Katana für. Damit ich dann genug Hälzer habe. So. Hier habe ich jetzt. Genau. So, die liegen jetzt hier. So, 20 Dinge habe ich da jetzt. Bauen wir so einen Lockslack. Und dann passt das Ganze, glaube ich. Warte mal. Ein bisschen schneller kann man das wohl noch machen. Bild-Kontrast, so. Damit es auch gut passt. So. Einen brauche ich noch. Damit kann ich leben. So. So. Eins, zwei. Ich weiß gar nicht, bei welcher Episode ich bei Force Bob stehen geblieben bin. Aber, ähm, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir machen erst mal diese Folge. Erst mal eine Folge, so. Ach, da pie- Oh. Okay. Ist mir noch nicht so richtig aufgefallen. Mal eine Folge, so. Ich weiß gar nicht. So. 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 da sind wir wieder holz holen wir haben über alle doch da hinten ich wüsste auch gar nicht jetzt wo wir das ganze heute wegnehmen sollen ach hier haben wir noch zwei siehst du 1 2 dann haben wir noch diesen baum hier so der fährt auch 1 2 her her ja her 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 Das haben wir dann. Boah, ich glaube, wenn ich da ist, runterfalle ich tot. Oh ne, da kann ich jetzt noch nicht langlaufen. Das geht leider noch nicht. Aber erstmal jetzt auch machen. So. So, ähm, ich würde doch echt schon mehr bauen, aber ich kann das erst in der nächsten Folge machen, wenn wir diese Folge aufgenommen haben. Warte, wird wieder so groß. So, aber warte mal, die Bäume können ich auch wunderbar fällen. Ja, wir hätten nochmal gerettet, weil sonst heilt die wieder weg. So, okay. Ja, die bleiben fliegen. Gut, so, den Locks wieder mitnehmen. So, so. So. So, das ist die Treppe nicht aufwendig. Da haben wir ein bisschen Erhöhung gebaut. Und das passt, glaube ich, dann auch. So. Gleich haben wir die Folge schon wieder fertig. Ich werde aber schon mal speichern. Erst mal was essen. So. Weiß ich, wenn wir den Spiel speichern, über. So. Zwei Minuten haben wir noch. Am liebsten würde ich es jetzt mit dem Greenscreen aufnehmen, ne? Aber, ja. Ja. So. So schön. Ja, dann... Haben wir ja wunderbar. Weiß denn, haben wir jetzt wieder gut gestartet. Aber ich habe gespeichert, habe ich. Das ist ja angefallen, sonst muss ich wieder so viel bauen. Ach, ich bin ja auch so dumm. Gibt ja auch noch Holz. Aha! Stimmt ja, da habe ich auch noch ganz viel Vorholz im Vorrat. Oh, Mann. Habe ich ja auch noch. Stimmt. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. So, ich bin auch noch schnell fertig. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Auch wenn es so ein bisschen eintönt ist, aber nächste Folge wird es bestimmt besser. Und, ähm... Oh, es beginnt zu regnen. Ja. Ich verabschiede mich jetzt nochmal schonmal und bin jetzt erstmal leise und wünsche euch schonmal... Oh, einen noch. Äh, viel Spaß beim nächsten Mal zuschauen. Und, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ne?